Mit Volldampf in die Rentenkatastrophe. Beitragssatz in der Rente erhöht sich ab 2025. Wo bleibt endlich die einheitliche Rentenversicherung für alle? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Nun ist es klar, Hubertus Heil bestätigt, was viele vermutet haben. Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rente wird ab 2025 steigen. In zwei Jahren läuft die geltende Obergrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung aus. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verspricht schon heute, dass die Beiträge im Anschluss nach dem Auslaufen nicht dramatisch steigen werden. Geplant sei ab 2025 lediglich ein moderater Anstieg des Beitragssatzes. Derzeit gäbe es 5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, mehr als vor 10 Jahren vorhergesagt, sagte Heil. Dadurch könne der Beitragssatz länger als erwartet auf dem bisherigen Niveau gehalten werden. Was uns aber unser lieber Bundesarbeitsminister letzten Endes verschweigt, ist wie hoch die Kosten der deutschen Rentenversicherung im Jahr 2025 insgesamt sind. Und wie viele Menschen ab 2025 in Rente gehen und dann in Rente sein werden im Verhältnis zu den Beschäftigten in Deutschland. Wie hoch dann der Beitragssatz in der GRV, in der gesetzlichen Rentenversicherung, aussehen wird, ist völlig offen. Völlig offen ist auch, was Hubertus Heil unter einem sogenannten moderaten Anstieg versteht. Sind es nur 0,5 Prozent, sind es 1 Prozent oder vielleicht moderat ein bisschen mehr? Wir wissen es nicht. Hubertus Heil hat es uns auch letzten Endes nicht gesagt. Er hat nur gesagt, Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung soll 2025 steigen. Was wir aber genau wissen ist, meine Damen und Herren, dass diese Aussage von Heil ein letzten Endes ein Offenbarungseid ist, wenn es um die Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung geht. Seit Jahrzehnten wird das Thema Altersdemografie de facto totgeschwiegen. Immer mehr Menschen gehen in Rente, immer weniger Menschen zahlen in die Rentenkasse ein. So sind die Vorhersagen zumindestens. Auch wenn die aktuellen Beitragszahlen oder Beitragszahlerzahlen für Optimismus stimmen können, was ist aber im Jahr 2025 und später, wenn wir in Deutschland jedes Jahr im Saldo rund 400.000 Menschen in die Rente verlieren und dieser Verlust an solch wichtigen Beitragszahlern und Arbeitnehmern nicht mehr durch den Arbeitsmarkt aufgefangen werden kann. Wir haben ja heute schon aktuell, 2023, fast 2 Millionen offene Stellen im Arbeitsmarkt, die nicht besetzt werden. Darüber schweigt unser SPD-Vorzeige-Optimist Heil bis heute. Die wirklichen, echten Reformen wie eine einheitliche Rentenversicherung für alle oder das Versprechen von Heil, die Selbstständigen in die Rentenversicherungspflicht aufzunehmen, ist bis heute nicht passiert. Meine Damen und Herren, ich sage, wir fahren mit Volldampf in die Rentenkatastrophe, weil wir das Thema der Altersdemografie in Deutschland nicht im Griff haben und wir es auch nicht mehr durch höhere Beitragszahlungen oder Beitragszahler in die gesetzliche Rentenversicherung auffangen können. Die Gründe habe ich genannt. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.